Endlich mal nur wir beide, ohne den ganzen Familientrubel. Ah, mein Päckchen. Ja, das ist eigentlich für ihre Nachbarin. Guten Morgen. Morgen. Was machst du denn hier? Ich will mit dir schlafen. Ich hab deine Adresse ausgefunden. Peter! Ja, aber, 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 was ist das so mit den Koffern? Urs! Darf ich vorstellen? Es ist Ina. Hallo, Nelly. Darf ich dein Geheimnis beraten? Ehrlichkeit und uns nicht gegenseitig verletzen. Das ist das Wichtigste. Aber in welcher Reihenfolge? Ich bin vielleicht jünger als du, aber das habe ich schon begriffen. Dass man im Leben nicht mehr geliebt wird, das kann man niemals verstehen. Niemals. Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen, weil ich endlich ehrlich sein will. Aber es ist so kompliziert. Natürlich ist es das. Sisyphos, Klempner Service. Neues Gesicht, alte Wohnung. Sehr schön, gefällt mir. Sprechen. Wir sind in der ersten, weißt du, irgendwann hast du auf der einen Seite dieser Gewohnheit und auf der anderen Seite diese verdammte Lust auf etwas Neues. Warum badet ihr nicht einfach zusammen? Beides geht nicht zusammen. Ich gehe. Nein! Was ist das denn? Scheiße. Es hat geklingelt. Es ist sicher wieder der Postbote. Ich weiß alles. Lucy, an deiner Stelle würde ich reagieren. Das war ganz schnell. Du hast es jetzt. Sie hat mich erfuscht, hat der Tat. Ich konnte nichts dafür. Ole, ich muss mit dir reden. Ich muss mit euch reden. Aber wenn dir irgendwas an uns liebt, muss ich zuerst mit dir reden. Aber es ist doch nur die Tür. Aber wir können doch entscheiden, ob wir sie aufmachen. Wer liebt, dem ist alles andere scheißegal. Man kann ja auch die positiven Seiten davon sehen. Und die wären... Ficken. Dramatische Musik Zu lassen. Untertitelung des ZDF, 2020